Hey Leute, was geht? Hier ist Vizipiosch mit einem brandneuen Part von Pokémon Oranium. Diesmal aber nicht mehr als Nuzlocke, da ja wir im letzten Part ja unser ganzes Team verloren haben. Dachte ich mir, da hat das ja auch keinen Sinn mehr, irgendwie noch eine Nuzlocke weiterzumachen. Daher spielen wir das Spiel, das restliche Spiel, normal durch. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass wir sowas tun, aber... Ja, oh Gott, nicht das Ding schon wieder. Okay, aber für dich habe ich Magnitude. Los! Oh, okay, acht. Passt. Das müsste auf jeden Fall sterben dadurch. Oh Mann, wieso stirbst du nicht? Okay. Wenn es meint, irgendwie Stabwein zu setzen, mach ruhig. Ist mir egal. So, Magnitude. Haut übelst du rein. Ja, ich habe übrigens jetzt auf Level 25, da hat es dann die Attacke gelernt. Und ja, Photog, Photog. Ja, da würde ich aber trotzdem mal kurz das Pokémon wechseln. Das war ja das Gift, äh, Wasser-Pokémon. Ja, Groza, mein kleiner Drache. Ach so, das fette Kanimani wieder. Wir lieben es doch alle, oder? Oh, es ist besiegt. Ach, das tut mir überhaupt nicht leid. Ja, ich habe ja gestern mein ganzes Team verloren. Und es war nicht so gerade das Prickenste, was ich erleben durfte. Oh Gott, oh, guck mal hier. Ein Chamäleon. Ein fettes Chamäleon. Nein, ähm. Ich darf nicht übertreiben. Okay, Fund. Wow, übertreibst du mit den Schaden? Das ist ja schon krank hier. Ernsthaft. Aber Level 29 ist auch ein bisschen übertrieben. Kann das irgendwie sein? Denk mal schon. Natürlich bin ich vergiftet. Was denn sonst? Was denn sonst, oder Leute? Was denn sonst? Oh Gott, der fängt ja schon wieder toll an. Auf jeden Fall fängt es toll an. Hm? Gut. Dann haben wir das zumindest erledigt. So, Level up für unseren Großer. Ich glaube, der lernt nichts dazu. Klub, klub. Ja, klub, 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 klub. Gut, wir haben einen Schutz übrigens drin. Ja, ich will es natürlich weiterverwenden. Ohne, dass ich jetzt hier irgendwie... Okay. Aber ich muss immer kurz... Ah Mann, darf ich jetzt mal weiterlatschen? So, ich muss erst mal kurz das Gift hier erst mal runterkriegen. Habe ich eigentlich kein Gegengift gekauft? Das ist die große Frage. Wie sieht es denn aus mit dir? Ach, du brauchst noch 20 Strecke. Okay. Lassen wir mal kurz eben runterklappen. Dü, 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 wir laufen einfach hin und her. Ist doch cool, oder? Es ist cool, einfach hin und her zu laufen, bis das Gift hier abgelaufen ist. Wir müssen nämlich noch unser Pokémon heilen. Ja, okay. Ja, benutzen wir nochmal. Gut. So, Gift ist abgelaufen. Gut. Äh, haben wir überhaupt noch irgendwelche Tränke? Das muss ich jetzt erst mal nachgucken. Wir haben nur einen Hypertrank. Äh, das reicht aber nicht. Irgendwie. Obwohl. Da werden wir schon... Ah ne, Rare Candy wollte ich jetzt nicht verwenden. Dann setzen wir einfach einen Hypertrank ein. Gut. Was hat er jetzt als erstes für Pokémon gehabt? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Egal. Wir schaffen das schon irgendwie. Unser Rivale, der uns letztens alle Pokémon weggeklaut hat. Ja. Ah. Was denkst du, was du hier tust? Das Tripp jetzt überleben. Jetzt werde ich dir hier eine richtige Abreibung reinhauen. Ja. Bis du verstanden hast, dass man Pokémon so benutzt. Okay. Ja. Mimimimi. Ja, los. Lass mich doch kämpfen. Mann. Ach, Theo. Musst du eigentlich immer so viel labern? Das ist ja nicht mehr schön anzuhören. Okay. Was hast du dann als erstes? Ein voller Rock. Oh Gott. Tricky. Ja. Mach mal Tricky. Magnitude. Und Hurray. Sieben. Na, ich weiß nicht, ob das überhaupt genug Schaden macht. Ach Gott. Das ist... Das latscht. Okay. Wieder Gift. Hm. Das ist nicht sehr effektiv. Aber ich probiere nochmal Magnitude. Wenn wir... Okay. Nochmal eine Sieben. Warum kann das keine Acht machen? Okay. Es hat auch gereicht. Gut. Dann passt es ja. Und guckt euch mal den schönen Strand an. Das ist toll, oder? Ja. Auf jeden Fall ist es toll. Gut. Filunge. Filunge. Ja. Da brauche ich auf jeden Fall ein anderes Pokémon. Hm. Ja. Filunge. Ich glaube, ich setze erst mal Kaivi ein. Das wird, glaube ich, das Beste, was wir hier machen können. Gut. So. Weil es da irgendwie eine Kampfattacke hat. Flame. Ah, Ratner. Nein. Hör auf mit dir, das Ding. Das ist gemein. Ich hasse das. Und das Ding ist auch noch schneller. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie dafür sorgen, dass es... Ah, Mann. Okay. Ah, wann. Quick Attack. Ah, ich bin gemein. Das ist ja auf jeden Fall das Pokémon, was echt Probleme bereitet. Meiner Meinung nach. Und... Hm. Okay. Spawny. Komm du mal raus. Vielleicht klappt das ja mit deiner Bubble Beam hier ein bisschen was zu reißen. Wäre eventuell cool. Okay. Auf jeden Fall überlebst du mehr als einen Hit. Das ist schon mal etwas gut. Es passt dann. Uh, Gott, ne. So. Bitte... Ah, ne. Er hat nicht gekrittet. Äh, ja. Na, wir machen irgendeine Attacke. Hm. Wir machen ja keine Nullsack mehr, daher passt das schon, was wir hier machen. Ich habe mir aber noch eine Regel aufgesetzt, dass ich keine Pokémon im Kampf wiederbeleben darf. Hm. Das ist zumindest die einzige Regel, die ich noch beibeite. Gut. Ähm. Ja, was nehmen wir denn hier? Ah, nehmen wir erst 51. Müsstest eigentlich finishen können. Hoffe ich zumindest. Außer wenn du jetzt weggekrittet wirst. Das hoffen wir mal nicht. Uh. Okay. Du willst... Ah. Ah. Damm. Sadamm. Report me for Dummheit, bitte. Ich vergaß ja. Es ist der Typ Unlicht. Mann. Gut. Äh, Eivin, komm du mal raus. Wir müssen uns jetzt hier beenden. Ich hoffe, wir schaffen das auch noch. So. Dann nach... Schocker. Hm. Ja! Du kannst dich nicht bewegen, ist klar. Sonst geht's doch, oder? Oh. Danke. Spandis. Oh. Dieses Drecksvieh. Ernsthaft. So nervig. Oh, Schinks. Oh, Schinks. Oh, Schinks. Was war das für ein Ding? Ach. Ach, das Ding. Ja. Ähm. Habe ich überhaupt... Ich habe, glaube ich, noch mal ein Feuer, Pogman. Äh, ja. Aber das wird es wahrscheinlich nicht so viel bringen. Ich hoffe, wir paralysieren das irgendwie. Laubklinge. Okay, mach ruhig. Hm. Na, okay. Ist doch... Okay, äh, Tricky, komm du mal raus. Du hast doch bestimmt eine schöne Feuerattacke für unseren Freund hier. Das wäre cool. So. Besiegt. Geil. Ihr habt es geschafft. Auf jeden Fall richtig cool. Äh, ab diesem Punkt hätten wir sowieso die Nutslack nicht mehr hingekriegt, weil die Pogman irgendwie zu hoch werden vom Level. Hm, Mann. Es interessiert dich gar nicht, was mit meinem Pogman passiert. Du bist halt der Stärkere und ich bin der Schwächste beim Kämpfen. Mann, Mann. Mi, 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 mi. Okay. Ich... Ich fordere jetzt den, äh, Arena-Leiter heraus. Ähm. Warum gehst du dann in diese Richtung? Okay. Ich verstehe den Typ nicht. Versteht ihr ihn? Okay. Wir sind ein bisschen einig. Wir verstehen beide ihn nicht. Gut. Wir kriegen einen Netzball. Okay. Überlebe ich das hier überhaupt noch? Ähm. Das ist die große Frage. Oh, scheiße. Okay. Äh. Die können wir gut austricksen. Einfach an ihm vorbeilaschen. Hihihi. Obwohl wir eigentlich sauviel Training noch bräuchten. Hm. Wir haben hier nochmal ein Boot, aber da können wir noch nicht hin. Gut. Äh, ja. Äh, äh, ja. Willst du nochmal was benutzen? Ja, natürlich. Benutzen wir nochmal einen. Ah. Okay. Baby City. Wir sind ja im nächsten Start. Gut. Soviel ich weiß, kann man hier auch Pokémons hatchen. Also, Pokémon-Eier züchten, etc. Das ist ganz das Übliche. Gut. Äh, wir müssen halt dann dafür einfach nur eine Pension finden und ein Dito. Hihihi. Gut. Oh. Ja. Ne, ich will es nicht nochmal verwenden. Wir sind ja in der Hauptstadt. Was haben wir denn hier eigentlich? Public Part. Okay. Und wo ist jetzt das Pokémon Center? Das wäre jetzt eigentlich der Punkt, wo ich gerne hin wollte. Das wäre cool, oder? Auf jeden Fall. Cool. So. Hier haben wir noch ein Schiff. Da kommen wir wahrscheinlich erst später hin. Denke ich mir mal. Oh Gott. So. Hier haben wir nochmal ein Sharp Bag. Was ist das denn nochmal? Kein Plan, was das nochmal war. Aber, ne. Sharp Bag. War das nicht irgendwie ein Scharfglau oder so? Warte mal kurz. Ich gucke mal kurz. Tö, 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 tö. Hm. Oh. Okay. Ähm. Hier, Kai, wie, äh, du kriegst was für deine Flugattacken. Dann passt das ja. Gut. Ähm. Ja, ist immer noch nicht offen. Ist ein bisschen dörf. Aber da hinten ist übrigens noch ein Pokéball, den wir uns noch holen werden. Hm. Aber davor werden wir erst mal zum Pokémon Center latschen. Und unsere Pokémon fix hochheilen. Warum? Als zuerst. Weil wir auch unsere Pokémon hochheilen müssen. Weil wir sonst wahrscheinlich nicht weiterkommen. Gut. Äh. Aber... Oh. Revive. Äh. Muss ich wahrscheinlich später noch verkaufen. Ich hatte die Regel noch reingenommen. So. Ähm. Was haben wir denn hier? Ja. Mimimi. Gut. was haben wir denn hier überhaupt wer bist du bin ja ok gehen wir mal kurz nach unten und schauen was uns dort erwartet hey ist das nicht ach du bist kellys sohn habe ich recht habe ich recht okay ach das bist du ja und was müssen wir jetzt machen ja ach wie bist du doch baby gekommen ach ja ich weiß dass die tando game channel ok was das war ja erinner worden schon oman wie die zeit verfliegt gut durch pop man ja ok und was willst du jetzt machen ja das englisch les ist aber so eine sache mann was ist eigentlich mit dem kind theo er hat seine reise mit dir begonnen oder macht er einen guten job ja gut ja respektiere deine pokémon und etc ok das ist nice ich denke mal viel glück mit der arena wenn du nicht ja so noch nicht schon besiegt hast warum heute unser vater nein das war unser vater wir haben unser vater gefunden wo mein gott so was haben wir hier überhaupt wir haben auf jeden fall noch recht viel strand war eine schöne stadt muss man zu zugeben naja nein ich wollte nichts schuldigung tut mir leid ich habe mich nur verklebt nur verklebt nur verklebt ok aber wo ist es noch mal die pension das wäre ja nicht recht praktisch für die zumindest für die aktion die später vorhabe wenn die pension eigentlich richtig geil wann wann kriegen wir überhaupt fliegen ist ja auch irgendwie cool wenn wir mal irgendwann fliegen kriegen was ist mit euch beiden eigentlich ok ok wenn unser gott mehr ernsthaft wollen die ernsthaft kämpfen ok vier pokémon dafür kampf ok wenn die meinen oh ne los triggi grossa auf geht's meine leute ok wenn die meinen ich glaube ich mache hier einmal magnitude und du wechselst das pokémon auf kai wie jetzt wird's böse jetzt wird's aber richtig böse denn ich zumindest meine furry swipe oh nein lass den scheiß danke du verbrennst und machst dann keinen schaden mehr das ist gut magnitude oh acht sogar cool das ist recht cool aber es hat keinen effekt der freiwillige passt schon es macht überhaupt keinen schaden warum macht das keinen schaden gott mehr tricky please überlebt das hier ja ok wie könnte tricky auch nicht mehr wechseln ich war auch so dumm und hab das egal flammenrad auf dich und ja air cutter ach das trifft sogar beides gut wenn die meinen ok ja nehmen wir mal das ding das glaube ich das passt am besten es ist ja nicht anfällig gegen wohnattacken von daher passt das schon so air cutter macht recht viel schaden auf beiden sogar air cutter ist geil auf jeden fall cool haben alle verfehlt das ist cool so air cutter und beide müssten dann erledigt sein gut das eine ist ein bisschen schon mal besiegt und das andere müsste direkt darauf folgen gut vielung ist auch besiegt god xp xp für uns alle gut aber das magne dude so wenig schaden macht habe ich nicht gedacht gut level up iron defense nein ja verlebt das nicht ok gut motril und korosan ok ok passt schon irgendwie mach mal reflektor und du machst dann halt ja ich weiß nicht ob air cutter überhaupt was bringt ich glaube machen wir mal weinort 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 mach zwar nicht so viel schaden aber passt schon so reflektor um ein bisschen defensive zu bekommen weil ja man sieht es ja hier äh geschwindigkeit steigt rockblast nah daneben und ja das hat das problem hier gerade so flash cannon ja das müsste eigentlich effektiv sein und air cutter nochmal so müsste eigentlich recht gut hinhauen warte das ist nicht sehr effektiv achso ja ok äh das war ja auch air cutter hm aber das ist effektiv oder das ist neutral ja was erhebt das ja auf hm man ist echt dumm rust rust oh ja ruheort ist das hm ist halt übrigens pokémon hm hm ich bin jetzt überlegen ah scheiß auf quick attack bin im rost passt gut ähm ja furry attack ok wenn du das meinst mach ruhig gut hm so einmal psychokineser und nochmal air cutter mit air cutter müssten müssten ja verfehlst du ernsthaft ach ja es war ja unlicht man ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm ich vergaß ja dass das Ding boden unlicht war gut dann eben flash cannon und flammburst oder wie auch immer what the fuck ähm ok ja wieso habe ich mein pokémon jetzt selbst angegriffen kann mir das mal jemand erklären das ist interessant auf jeden fall du hast gescheatet mein team ich schiete hier nicht ernsthaft warum sollte ich hier schieten ok und ok denk nicht mal dran meine freunde zu klauen ähm das wollte ich doch gar nicht gut ach ja zum pokémon markt dass wir das hier jetzt überhaupt nicht vergessen eben kurz einkommen ach so hier findest du alle sorten von ja ok nein danke äh ja darf ich jetzt hier weiter gut ähm gemstones ok gut schauen wir mal kurz nach oben so hier müsste wahrscheinlich die tür sein ach so ein Fahrstuhl ok ja bring mich mal kurz erstmal ein zweites stock weg da können wir zumindest erstmal ein bisschen was eindecken das ist doch cool oder ja auf jeden fall cool so dann schauen wir mal was haben wir denn hier schönes bei euch ok was haben wir denn hier oh gott ne max potion full restore ach da kriegen wir schon einiges revive brauchen wir auf jeden fall nicht gut ähm paar super tränke werden auf jeden fall nicht verkehrt ich glaub 10 müssten fürs erste mal reichen gut ähm full restore können wir uns nicht noch nicht leisten max potion bringt ja auch nichts wirklich gut äh dann hat sich das zumindest für den stock schon mal stock zumal äh schon mal ach man lerne ja nicht mal reden danke ach so gehen wir jetzt nach oben oder nach unten ich weiß gar nicht äh welchen stock sind wir jetzt eigentlich gelandet äh müssen wir unten äh bring mich nach oben verdammt nochmal so dritter stock bitte ja wir gehen heute noch shoppen in den part warum auch nicht sonst kriegen wir hier überhaupt nichts hin mann mann ist das behindert gerade ach gott ne nochmal ein dritter stock ich will treppen diese verdammt ne einkaufs mann mit den dingen dauert das einfach ewig hier hier gibt es noch nicht mal treppen das ist mir da dran ok was willst du denn kaufen oh mein gott ähm lass mal lieber so viel geld habe ich jetzt erstmal nicht ok was haben wir denn hier schönes feuerstein dann was ist ein hearthstone hm rock typhons ewigstein ne 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 hier ist nichts gut dann machen wir uns mal weiter auf den weg und gucken mal was ganz oben auf uns wartet gut äh ja so stock 4 bis zu äh im 4. stock es gibt ja noch im 5. vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar äh mann ich hasse das das passiert jetzt jedes mal irgendwie ach komm ja lass mich mal kurz zum 4. stock wieder hm und die animation ist langwierig hier gut jetzt einfach b drücken dann passt das gut was haben wir denn hier überhaupt ok mal gucken ach so müll ok wer benutzt denn schon solche items hm so ok das ist damit alles teuer auf jeden fall gut hm dann schauen wir mal was hast du denn noch zu bieten so stock 5 gut fangen wir da eben mal hoch und jetzt b taste drücken nicht dass wir wieder irgendwie in ein untergeschoss landen gut oh was haben wir hier sieht sehr nach souvenirs aus ok 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 wie ihr habt nicht am das ist echt bitter die haben nicht am wochenende offen was soll denn der müll hier man jetzt bin ich beleidigt aber wirklich was soll denn der müll hm man echt behinny gut aber auf jeden fall haben wir jetzt ein paar tränke geholt das passt dann erstmal fürs erste ja haben wir ja unseren job hier zumindest erfüllt ähm ja äh sieht sehr nach der arena aus gut 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 ähm ob wir jetzt noch in die arena gehen ist die andere frage ich suche erstmal den pokémon seiter wieder mann diese stadt ist so verwirrend ja wirklich pokémon seiter müsste wahrscheinlich hier irgendwo unten sein ne wann was was ist das ja ich überhaupt hier ach das naja das war das ranger hauptquartier hm ah da haben wir jetzt pokémon seiter gut dann passt das ja sehr gut das passt dann ha gut dann würde ich mal sagen wir sehen uns im nächsten part von pokémon oranien wieder bis dann und ciao und 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 auch